Im Büro wäscht ja nicht nur eine Hand die andere. Da waschen sich komplette Kollegen gegenseitig. Im Idealfall jetzt. Also was ich meine ist, es geht nicht nur um leisten wir mal eine Büroklammer und so weiter. Nee, es geht um Privates, um Persönliches. Halte ich für extremst wichtig. Und im Idealfall hast du als Chef keine Kollegen, sondern Aposteln. Leute, die bedingungslos an das glauben, was du so vorhast. Auch wenn von außen andere kommen und sagen, euer Chef erzählt ja vielleicht einen Blödsinn. Dass die dann sagen, ja, nee, komm, warte mal. In 200, 300 Jahren, da guckt ihr euch aber noch um. Also jetzt im übertragenen Sinne. Und das hier hinzukriegen, das ist mein Ziel.